Herzlich Willkommen zu deiner Folge FischCopTV, hier ist der FischCop und wir spielen weiter Shadow Warrior, Sinou, Madobo, Geree, Madobo Und in der letzten Folge haben wir so einen ganz schön krassen Dämonen kaputt gemacht Und dann sind wir durch so ein Portal und jetzt geht's weiter Mit Chapter 7 Du solltest den anderen Typen auch sehen, heißt das Oof, ein bisschen schwerer landen, bist du okay? Du solltest den anderen Typen sehen, ich habe noch nicht so viel Chi in einem langen Moment Ich bin immer noch ein bisschen stark, er wird mir zurückgekommen Ah, woher wir sind? Du denkst, dass es hier eine Sorge ist? Find the second Whisperer and Retrieve the Sword Wir suchen ein Schwert, ich bin gespannt und ich mach gerne Leute kaputt Ähm, mein, mein Stern zeigen dir ist Fische und ich trete dir jetzt wieder in die Eier BAMS! Oh, Entschuldigung Flatsch! Oh, noch einer Oh, noch zwei Okay, warte mal, warte mal BAMS! BAMS! Explosion! Explosion! Ha, 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 ha Das war's da, schnell, BAMS! Jawohl Dit war der Plan, Kollege Jetzt hauen wir hier nochmal ruf und hier nochmal ruf Also nach diesem Riesendemon-Doll letztes Mal, ne? Das hier ist irgendwie so Schweißfliegen-mäßig Ich bin zu leicht Oh, ah, 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 ah Wo geht's? Dank dir Hallo Freunde Oh, er lebt kurz Was ist denn hier? To turn the light on somehow Wäre das nicht ausgemacht? Lass uns mal... Wollen wir mal hier? Wollen wir mal hier? Unknown, unknown immer noch. Wir haben 2300. Eigentlich könnten wir mal... Sing in Action. Rapid Fire brauchen wir eigentlich... Oder? Könnten wir eigentlich mal machen, ne? Was kostet das? 22 haben wir doch auch. Probieren wir doch mal. Hold right mouse button. Buy it. Use it. Back to the game. Lass uns das mal austesten. Dann können wir nämlich damit auch schnell schießen jetzt. Oh yeah. Das ist der Shit. Das ist der Shit. Das probieren wir gleich nochmal an Feinden aus direkt, ne? Habe ich mir so überlegt, ne? Habe ich mir so mal auch gedacht. Was machen wir jetzt damit? Und dann dachte ich... Ey, ich habe die Idee. Wir probieren das an Feinden aus. Und... Yeah. Yeah. Oh yeah. Wieso wird es nicht? Wieso wird es nicht? Oh, oh, oh. Oh. Arm und Kopf ab. Hihihi. Haben wir hier ein Secret? Haben wir hier ein Sieg? Haben wir hier ein Sieg? Nee. Na gut. Wo ist lang? Hat er aufgepasst? Hat irgendjemand aufgepasst? Ich glaube ja nicht dran. Laufen wir einfach mal hier hoch. Drücken das hier mal. Das lädt er schon wieder, ne? Der lädt manchmal an den komischsten Stellen. Hallo? Ah ja. Kommen Sie? Kommen Sie hier hin? Und sterben Sie? Bams, bams, bams. Bams, bams, bams. Achso. Achso, der muss noch nachlaufen, ne? Da muss man natürlich nachlaufen. Bams, 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 bams. Und Kuh. Und Kuh. Und lauf. Und... Katana. Und... Nee, nicht heilen. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Ich wollte eigentlich Degen hier machen. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Schwing-a-ding-ding-ding. Was ist da denn los? Schwing-a-ding-ding-ding. Oh, oh. Oh, oh. Warte, warte. Einmal, ich muss mich mal ganz kurz heilen, Leute. Ja, das sieht gut aus. Sieht gut aus, sieht gut aus. Und... Schwing-a-ding-ding-ding. Tiny Grasshopper? Wollt ihr mich verarschen? Ich bin ja wohl der König der Welt. Schwing-a-ding-ding-ding. Und Coverpoint. Wop-deh, 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 wop-deh. Zack, zack. Ich hab noch was, nicht? Wenn du so ungeduldig bist. Oh, das war schon. Das war schon. Nur so leicht. Na, es wird langsam, langsam wird es ein bisschen schwerer. Was denn? Wieso denn? Verstehe ich nicht. Weil uns jemand verarschen will, meinst du? Also ich, ich bin dafür. Wir holen das zweite Schwert. Und gehen nach Hause. Vielleicht holen wir noch nicht mal das zweite Schwert, sondern wir gehen einfach nach Hause. Eine Pizza essen. Upsi. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Und jetzt geht die Tür auf. Und hier ist noch ein Keks. Whoever coins the phrase, quiet as a mouse, never stepped on one. Bums. Guck mal hier. Armor 50. Geil. Aber der ist nicht für immer da, ne? Nur manchmal. Nur ganz kurz. So, bis der weggehauen wurde. Kann das sein? Jetzt weiß ich, was das da unten links ist. Aber das bekommt man ja nicht so häufig, ne? Geld rein. Guck mal, hier ist ein Rechner. Ups. Oh nein. Ich hab ihn kaputt gemacht. Noch mehr Loot. Wir haben nur 492 Tacken. Aber wir haben Skikristall. Leute. Wir haben Skikristall. Sag das doch. Powers. Wir könnten das Schild doch nochmal stärker machen, ne? Jetzt, wo wir langsam treffen auf so Leute wie eben diesen Dämon Hans-Joachim da. Bei der letzten Folge oder vorletzte, weiß ich nicht mehr. Protection. Ne, das war was anderes. Nicht Healing, nicht Protection, nicht Shockwave. Flux war es auch nicht, oder? Ich glaube es war... Ne. Watertrap. No. Shockwave. Was? Shockwave vielleicht? For up to... Yes. W, W... Nein. W, W... Rechte... Nein. Das ist das auch nicht. Protection. Shield. Yes. 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 Ah. Ah. Rechte Maustaste. Ah. Ah. Rechte Maustaste. Okay. Ja. Okay. Ah. Okay. Ah. Ja. Okay. Okay. Dann lernen wir das jetzt hier. Und zwar macht das was? Simple off... Das ist Leute Haut. Das Schild, das Leute haut. Okay. Ja. Das nehmen wir doch. Dann finden wir das doch gar nicht so scheiße. Learn it. Know it. Wir haben es. Weiter geht's. Was ist das denn? Oh geil. Noch eine Waffel. Wuff. That is one ugly ass shotgun. Ich finde die geil. Ich finde die sieht gut aus. Ein Karma Point. Jetzt schon wieder ein Karma Point ey. Was drum wir denn immer mit den ganzen Punkten machen? Skills. Was kommen wir hier? Master in Taktik aus. Dep to run. Es fast. Es ist Storm Gales. Print in Greece. Achso. Das sind wir nur schneller. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht mit dem schneller sein. Das überlegen wir uns kurz. Hard on. Ne. Mehr Herzen brauchen wir nicht. Money license. Streets. Geld. Naja. Wir könnten mehr Geld kriegen. Find 10 more ammunition. Munitionsprobleme hatte ich eigentlich noch nie. You find 20% more ammunition. Master of the Taktik aus. In 20 points deliver deadly strikes. Double damage chance with all weapons increased by 5%. Mehr Geld. Weil dann können wir die Waffen schneller ausbauen. Das finde ich ganz gut eigentlich. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Back to the game. Ding sack. Okay. Angry Ninjas. Ähm. Los geht's. Muss hier hoch, ne? Oh. Ja. Muss ich. Oh. Hallo. Oh. Das ist eine Anspielung auf die drei Affen, ne? Hier Brille, Ohrding und Helm. Ist ja auch wie mit Augen zu, Ohren zu, Mund zu. Naja. Ich will jetzt mal sehen, wie diese Schrottkant funktioniert. Ich will das jetzt mal sehen. Hier ist noch Loot. Oh ne. Kohle. Wie viel haben wir gekriegt? Ja. Nicht so viel, ne? Hm. Und hier ist überall Feuer. Hier ist auch Feuer. Und hier ist kein Feuer. Wow. What the fuck? Wollt ihr mich verarschen? Bam. Bam. Oh shit, ich schieße nur zweimal. Ähm. Oh man. Alter. Macht aber ganz gut Leute kaputt. Wie ich gesehen habe gerade. Guck mal, der ist auch eh verblutet. Guck mal, nur zwei, drei Schuss und schon waren die alle kaputt. Eine sehr, sehr interessante Waffe. Wie viel Kohle hatten wir gerade? Werden wir ja jetzt sehen. 636. Lass uns mal ganz kurz nachschauen, was wir hier mit der Waffe machen können. Äh. Weil die können wir doch bestimmt auch stärker machen. Firestorm. Das kostet mal ein Trigger-Computer. Wenn wir ein Feiering-All-Barrel simultaneously for when you absolutely positively got to kill every motherfucker. Und so. Okay. Damit können wir beide, äh, beide Patronen auf einmal wegschießen. Was haben wir hier? 2 additional Barrels. Achso. Da haben wir noch 2 zusätzliche Läufe. Also hoffentlich dann auch 2 zusätzliche Schüsse. Schusspatronen und so. Was haben wir hier? Loading the Shades at once. Äh. Half-Reload-Time. Okay. Da laden wir schneller nach. Das ist das Billigste. Das teuerste ist 2 Schuss mehr. Und das mittelste ist halt alles auf einmal rausballern. Und ich bin ja ein Freund von noch mehr Patronen. Kostet mal 4000. Und gut, dass wir diese Geldsache genommen haben. Weil wir haben irgendwie viel zu wenig Geld. Wir haben irgendwie viel zu wenig Geld. Und jetzt kriegen wir ein bisschen mehr, ne? Bisschen. Bisschen. Was ist das hier? Ein Herz haben wir schon. Herzen sind mir total egal. Hier haben wir noch ein bisschen Necki. Und, äh, hier haben wir noch mehr Loot. Und Loot ist mein bester Freund. 17 Tacken. Wollt ihr mich verarschen? Wo muss ich lang? Hier war doch irgendwas. Ach, da ist die Tür. Hallo. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ah, ich wollte das Fass eigentlich kaputt machen. Warte mal. Klingt jetzt auch nicht mehr so viel, ne? Oh, da ist ein Schatten. Ey. Bams. Das ist jetzt... War es das schon? Explodiert es nochmal? Ich habe ihn getötet mit einem Fußschuss. Mit einem Fußschuss. Ist ja das peinlich, hoffentlich. Danke. So, ich habe ganz vergessen, dass wir jetzt hier diese Schnellschussfunktion haben bei der Waffe. Wieso macht er das jetzt nicht? Jetzt. Das ist geil. Das ist richtig geil. Oh. Oh, oh, oh. Okay. Achievement Unlock. Robadabam, bam, 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 bam. Hey, 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 hey. Oh, geil. Das sah gut aus. Das sah gut aus. Eier tritt und bam. Haben nicht ganz getroffen, die Eier. Ja, das Schild. Das macht nichts, weil wir ihn jetzt von hinten einmal grüßen. Wieso haben wir jetzt Leben dazu gekriegt? Habt ihr das gesehen? Oh. Was ist das hier eigentlich? Das ist so komisch, explodiert eben. Ich verstehe das nicht. Man geht uns jetzt die Munition aus. Ja, ne? Wir haben nur noch acht Schuss. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Gerade, wo ich doch gesagt habe, ich habe nie Probleme mit Munition, ne? Das erinnert ihr euch. Oh, das fühlt sich gut. Ähm, ich bin bereit. Auf zum Atem. Das erinnert mich an die Folge. Okay. So, jetzt können wir auch gefahrlos hier wieder rumlaufen. Gar kein Problem. Die Säure ist weg. Oder was auch immer das war. Kriegen wir noch hier irgendwo Loot? Oder müssen wir jetzt hier weiterlaufen? Ich glaube, hier ist noch was. Jawohl. Gib mir. Gib mir. Oh, ganz viel Geld. Nein, auch nicht ganz so viel Geld. Bisschen Geld. Bisschen. Was ist der Schmiede? Oh. Was ist der Schmiede? Warum musst du ihn herbringen? Du sagst, er ist der Ruler des Ancients. Und er war auch ein Power-Triving-Dick-Hand. Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn für eine gute Zeit gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Erstmal Kiste. Erstmal Kiste. Und dann das Ding hier kaputt machen, weil das macht mich nervös. Und dann nochmal Kiste. Wieso springt er über die Kiste rüber? So, jetzt müssen wir uns merken, dass jetzt hier Leben ist. Das vergesse ich immer, ne? Das ist wahrscheinlich auch schon aufgefallen. Ich renne da rum, lasse mich ein bisschen kaputt machen und dann ist hier überall noch Leben. Aber das vergesse ich immer. So, ne Scheiße. So, was ist hier? Drück mal. Wieso drück? Achso. Ich habe ein bisschen der F gedrückt. Tut mir leid. Was soll ich tun? Oh, jetzt habe ich ein bisschen früh hier gedrückt. Ah, das müssen wir kaputt machen. Nehme ich an. Äh, hier ist immer noch, hier ist immer noch Zeug. Macht das nichts? Ich dachte, das macht was. Swing, 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 mein Ding. Swing, swing. Und swing-a-ding-ding. Oh, yeah. Ich liebe diesen Move. Der ist so keil. Der köpft auch immer so schön. Swing. Ich habe mich auch nicht kaputt, bevor du überhaupt hier bist. Na, war schön. Wollen wir mal ganz kurz die Train. Geht das überhaupt? Die Train. So, wo ist die Shotgun? Oh, wir haben ganz viele Waffen. Fünf Stück. Wir haben es. Nach. Und die müssen so nebeneinander stehen. Das wäre ganz gut eigentlich. Obwohl. Ups, daneben. Ups, daneben. Komm. Komm. Jetzt können wir nochmal das Schild probieren. Wie ging das nochmal? Ist das das Schild? Glaube ich ja. Ups. Geil. Also man kann das immer anhaben. Und dabei schießen. Das ist natürlich eine sehr, sehr informative Information. Geld, Geld. Geil. So langsam, langsam geht es doch wieder. Das Herz könnten wir echt mal öfter benutzen, ne? Ich vergesse es immer. La 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 la. Vergesse es immer. La 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 la. Swing. Bex. Okay. What next? Ich muss wieder hoch, ne? Oh. What? Was bist du denn für einer? Oh, geil. Oh, nein. Nicht geil. Ich verstehe schon. Das muss man auf der Ferne kaputt machen, weil sonst machen sie einen kaputt. Was? Was? Noch mehr davon? Ja, das ist nicht gut. Äh. Okay. 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 Ich hasse solche Gegner. Die gibt es ja in ganz, ganz schön vielen Spielen. Guck mal, hier ist noch so eine Statue, die würde ich gerne haben. Geil. Ich habe sie gekriegt. Ich hasse sowas. Also es gibt ja in vielen, vielen Spielen solche Gegner, die, wenn sie dir zu nahe kommen und sie tötest, dann explodieren sie und machen sie nicht kaputt. Und das geht mir total auf den Sekt. Das prangeregt an. Mando! Okay. Das reicht hier mit dem Anprangern. Hier haben wir noch Leben. Und oben war noch Leben, ne? Wir müssen jetzt hier hoch. Und jetzt haben wir schon wieder nur noch acht Schuss. Also acht plus acht. Das finde ich schade. Wee. Wee. Okay. Welche Art von Gegner? Normal? Nicht gut. Das ist meine Lieblingsart von Gegner. Und es sind nur ganz wenige. Komischerweise. Den haben wir jetzt nicht getroffen mit dem Tritt, aber mit dem Schwert haben wir ihn getroffen. Das war es oder ne? Hier haben wir noch Leben, ne? Habe ich mir gemerkt. Geil, oder? So, wer will jetzt nochmal? Müssen wir jetzt hier höher, oder? Was müssen wir jetzt tun? Okay, hier hatten wir auch die Statue gekriegt. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ne, 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 ne. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Ganz tolles, ganz dickes Ei. Nächster. Nächster. Ich habe noch eine Ewigkeit. Zeit. Shimini. Shiminu. Shimurangai. Äh. Wer? Warum? Hallo? Wo bist du? Hä? Was hat mich denn da eben getroffen, Leute? Habt ihr was gesehen? Baps. 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 Hä? Hat er gerade den Schuss abgewehrt? Wollt ihr mich verarschen? Warte, warte, falsche Waffe. Oh yeah. Oh yeah. Okay, die Schottke gefällt mir. Und ich werde sie garantiert noch ganz schön viel benutzen. Aber erst ab der nächsten Folge, Freunde. Ich freue mich auf euch. Und ich freue mich auf dieses Spiel. Bis zum nächsten Mal. Dass euer Fisch kommt. Tschüss. 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 Tschüss.